Hallo und herzlich willkommen hier bei... Warum bin ich nicht bei dir im Team? Ich muss einfach schnell Team wechseln. Kein, das ist noch keine Ahnung. Nein, ich kann aber wechseln. Ich bin bei dir! Kann ich nicht. Du bist bei mir im Team? Ja, okay, Squad. Du bist in meinem Squad. Ja, ja, wir zocken. Röhnchen. Battlefield 3? Nein, ich will keine Acker. Yo, was geht ab? Wie ist euer Aaron? Schissen auf den Dizzle? Was geht's richtig ab? Vielleicht kennt der eine oder andere noch Aaron von Killing Floor. Aber ich habe einen Nannannannannann... NICHT SEGESSE! Ich bin angegessen! Nein, da gibt es keine Kraft aus für die Leute! Warte, warte! Da oben steht einer, Aaron. Ich hab jemanden getötet, du hast richtig jemanden getötet. Warum leckst du denn? Ich hasse das! Spiele, Spiele... Ich bin tot! Aaron! Waffenschein! Da! Da oben! Da oben! Da oben! Warum bist du tot? Ich bring dich um, Marvin. Ja, ich über lebe die Spieler. Ich lebe schon lange, Aaron. Nein, nein, ich bin gleich tot! Es leckt ein wenig bei mir. Scheißaufnahme! Schlampe, ich hab dich getötet! Ah ja, keine krasse Ausdruck. Darf man das sagen, Schlampe, bei YouTube? Oder wird das Video dann gesperrt? Dann musst du einfach einen Piepton machen. Ja, ne, ich hab keinen Bock hier, irgendwas einzufügen. Also, dass du bald jetzt, also, ähm, an die Zuschauer wundert euch nicht, wenn, äh, hier so das eine oder andere laute Tönchen von, von einem von uns kommt. Hm, wir sind aber ein bisschen... Ah, ich werd angeschossen! Verkackte Schlampen, ey! Was?! Werde auch eingeschossen! Warum?! Weil jetzt sind alle tot! Echt mal, alle Gegner, die hier eben waren, sind... Oh, hier schießt noch einer! Ah, ich werd angeschossen! Marvin, bleib da, bleib da! Oh mein Gott, er hat mich richtig erschrocken! Haha, da ist noch einer, da ist noch einer! Du bist unter Wasser, ich kann dich nicht... Du bist unter Wasser, du bist auf dem Meeresgrund. Auf dem Flussgrund, meine ich. Und ich bin letzt auch gleich tot. Ich bin hinter dir, Aron! Jo, was geht ab, Marvin? Ich bin besser aus dem Team! Guck mal, ach ja, ich bin übrigens zauberfaul. Hinter dem Masten dort ist einer. Ja, der interessiert keinen. Oh, Marvin! Oh, ich werd angeschossen, Aron! Ja, komm jetzt mal! Komm, 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 Marvin! Komm, Marvin! Oh, ich wollt grad mit, äh... ... mit mittleren Maustaste ein Messern. Ha, hat ja super funktioniert! Ach, wir spielen übrigens, äh... Hast du schon gesagt, den Modus wir spielen? Ja, hab ich schon... Ne, das hab ich noch nicht gesagt. Ah, ich bin direkt tot! An... 0,3? Ja, ja, 0,3 geht immer noch. Oh, ich hab grad 0%! Heilige Mutter Gottes! Nein! Ah! 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 Boom! Jetzt zeig ich dir meine geilen... Es ist sehr professionell, dass ich hier beim... ... äh... ... beim... ...aufnehmen esse. Hm? Oh Mann, ey! Ich bin der Babo! Ne, Marvin ist der Babo! Ja, hast recht! Nein, du bist der Babo! Ja, ich bin der Babo! Ich bin der Babo! Habt ihr gehört? Ich hab's auf Band! Ja! Ja, die ganzen... 40 Abonnenten... Ah, wer zu... Hallo, es sind 45 im Moment! 45! Was? 45! Ah! Ha! Ja, also jetzt nicht mitgedacht, ne? Ok, jetzt zählst! Nein, das ist ein Sniper, der aufgeschickt! Oder auch nur mit Burschi! Ja, ich hab ihn nicht! Hört! Hört! Sieben zu alt, ihr Mutter... Und ich hab schon... Guck mal, ich hab jetzt so lange nicht gespielt... Ah, da ist noch einer! Ich hab ihn getötet! Und du bist der Schlechteste aus dem Team! Na gut, Marvin, wie stehst du gerade? Ah! Nein! Ich bin tot! Oh! Mann! Wack lack lack! Wack lack! Ich hatte letztens noch eine geile Runde! Hm? Heute ist Samstag, und, ähm... …Marin und ich zocken eigentlich... Was labers? ...jeden Samstag. Nein, tatsächlich, es ist wirklich Samstag! Wir haben schon zweimal Samstags gezockt, ...als irgendwie drei, ...und dann sind wir immer so ... ... ein bisschen eskaliert, und das ist Samstag eigentlich immer so... Nein, Arbon, es ist Donnerst... Das war Donnerstag! Nein, wir haben doch an einem Samstag gespielt. Du meinst du den Freundinnen? Ja, genau. Nein, das war Donnerstag, eindeutig Donnerstag, ich weiß es noch. Da hatte ich Sturm vor. Scheiße. Es ist nicht traditionell! Oh, scheiße. Ich hab ihn getötet! Der aus Rast ZG3 Samstag. Na egal. Ausnahmsweise ist er am Samstag heute jetzt. Ja, okay. Aber was? Er war doch Samstag oder Samstag? Nein, er war Donnerstag. Oh mein Gott, hat jemand der Gala hatte zu mir geworfen. Ja, ich hab ihn getötet. Aha, Kaptracker. Kleine Muschi, ich hab dich getötet. Oh, Spasti! Oh, mal auf der Brücke ist einer. Ja, 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 warte, chill, chill. Ich töte ihn. Bann, Bann, er droht immer mit dem scheiß Bann, ey. So eine Truschka. Ich frage mich, ob ich irgendwas noch mal ändern soll, damit es nicht leckt. Ha, es leckt. Es leckt mich an! BATTLEAG! Haha, Alter. Waren wir doch schon bei BATTLEAG online. Nein! Oh, shit! Ja! Eliminiert, ihr kleinen Kack-Noobs, ey. Ey, der flamet auch nur rum, ey. Wie kann man so rumflamen, wenn man viel spielt? Das versteh ich nicht. Das... Er versteht es nicht! Er steht nicht bei ihm! Haha! Ja, ich dachte, er war so schlecht. Ja! Er war einfach schlecht! Wie schlecht kann ein Witz eigentlich sein? So schlecht... Wie schlecht kann man sein? Ja. Ja. Ich wollte gerade irgendwas geiles sagen, aber es ist einfach zu schlecht. Ja. Nein! Ich bin da nicht hoch gekommen! Fickt euch, ihr Schlampen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Hey! Tokio Drift! Tokio Drift! Tokio Drift! Ist das nicht von Fast & Furies oder so? Tokio Drift! Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare! Also Tokio Drift ist glaube ich... Ich weiß nicht, was Tokio Drift ist, aber ich kenne den... Ich kenne das ja auch wer. Man bin ich ja bravo! Ich hab da mal abends so ein richtig gutes Lied gehört. Mit nem Tokio Drift Video. Weiß aber nicht mehr genau, was das war. Noob! Übrigens, ähm... Nosher-Kanäle spielen wir eigentlich fast nur. Also ich zumindest. Das ist schon ein bisschen nubig, aber... Na also was heißt... Oh, wie hat der mich denn gekriegt? Die letzte Zeit, oder... Die letzten Wochen, die ich... Oder, oder... Naja, ich hab ne Zeit lang nur Nosher-Kanäle gespielt. Und Marvin eigentlich auch. Weil Marvin durch mich Battlefield 3 gekriegt hat, glaube ich. Na Marvin, war das so? Ne, das war im Angebot, da hab ich gedacht. Oh, geil! Battlefield 3! Ey, ich werd's wahrscheinlich eh nicht spielen, aber... Kaufen wir's einfach mal! Ja. Oh, du! Ich schlampen! Komm, Einrufe! Scheiße! Ey, letztens, äh... Als ich vor vier Tagen gespielt habe, äh... Da hatten wir einen Hacker im Team. Er hat uns mit nem Werkzeug immer getötet. Das geht auch. Das ist kein Hack. Mit nem Werkzeug, das geht. Oder irgendwie sowas. Oder irgendwie sowas. Oh, Mann ey! Mit nem Werkzeug ist ganz normal, das ist... Ja, aber auf ne ganz Entfernung. Mit nem Headshot immer. Aber wie groß war die Entfernung? Ja. Du stehst hier am... Ja, an der Halle hier. Äh, an dem fetten Kran an der Halle. Ja. Und er hat von der Brücke da oben geschossen. Ach so! Haha! Ja, ist ja überhaupt kein Eck. Haha! Haha! Wie so ein Flammenwerfer! Haha! Hinter dir ist einer, Aaron! Hinter dir! Ne, ich hab ihn grade getötet. Das war ich! Ich war hinter dem! Ha! Und ich hab grad auf ihn geschossen. Alter, es leckt einfach nur. Ich glaube, ich hab gleich nochmal einen Cut rein. Oh mein Gott! Da lag einer! Ich hab die nicht gesehen! Was leckt das? Äh, im Sinne von... Äh... In welchem Sinne leckt das denn? Im Ruckeln! Komm! Ach so! Oh, was ist das denn? Dann musst du mal die Grafik ein bisschen runterstellen. Äh... Na komm! Der! Oh! Ich hab ihn! Oh! Da stand noch einer! NEIN! Entschuldigung! Ja, klar! Kein Thema! Ich stell einfach mal die Grafik auf! Äh... Mickrig! Oh! Ich kann das ja nicht so mega runterstellen! Oh! Ihr Nutten! So, jetzt geht's hier wieder weiter... Ja... Mit einem... Qualitativ hochwertigen... Let's play! Haha! Warum Ruckels denn immer noch? Oh, scheiße! Also, Grafik hat's runtergestellt, ne? Das war mir zu schlecht! Ich hab einfach alles andere geschlossen! Ich hab jetzt bei Fraps anstatt 60... FPS... ...nur 50... Es geht eigentlich schon! Es geht eigentlich! Hm! Ja, jetzt geht's eigentlich! Jetzt geht's! Hm? Ehm... Ihr kleinen... ...Kantenacken! Ich fick eure Gedärme und genieße eure... Körperwärme! Haha! Eigentlich... Ich bin grad richtig rassistisch! Ich glaub, das darf ich nicht! Nee, das darf ich nicht! Ich hoffe, das Video wird nicht gespürt! Na, das guckt sich hier keiner an! Haha! Stimmt nicht! Das Video ist eh! What? Ich hab grad im Liegen... Hab ich geschossen! Oder während des... Währenddessen ich mich hingelegt hab... Hab ich geschossen! Nein! Ich bin ins Wasser gefallen! Aaron! Haha! Nein! Ah! Hey! Scheiße! Ah, das ist doof, dass man hier... ...nicht so wirklich... ...team... ...action machen kann, also... Rassistisch sein kann? Mhm! Ach nichts! Stimmt! Das ist offen, leider nicht! Haha! Rassist! Ich bin noch zweiter, cool! Oh, scheiße, man! Hier sind wir immer Gegner! Ich kenn mich nicht mehr aus auf dem... Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ich hab mich verschluckt! Verrecke! Schlucken oder spucken, Marvin! Ja, hmm. Marvin schlucken oder spucken! Äh, ich antworte einfach mal gar nicht! Haha! Ja, nein, nicht du, sondern... ...sollte das Mädchen schlucken oder spucken! Warum soll ich das hier? So, das beantworte ich... Haha! Einfach in die, einfach in die Röhre rein. Ist schön. Egal. Nimm mir den Mund. Nein, aber ich hab ihn noch nicht gesagt. So ein Mädchen. Nimm mir den Mund. Einfach so in der Disco. Du kennst ihn überhaupt nicht. Nimm mir den Mund. So. Du sagst, dass du ihr, wollen wir mal kurz rausgehen? Ich will das zeigen. Nimm mir den Mund. Nimm mir den Mund. Oh Junge. Wie behindert sind wir eigentlich? Oh Gott ey. Oh Gott ey. Oh Mann, scheiße. Heilige Maria, Mutter Gottes. Nicht so rassistisch hier, Aaron. Jetzt sind wir immer aufs Liebe. Ah, guckt mich doch keiner an. Ja, hast recht. Ich guck mir selber nicht mal an. Ja, meinst du schlechtest. Oh Junge, Junge, Junge. Oh, jetzt bin ich schon wieder tot. Nein, KD ist einfach zu schlecht. Ich habe nur ein bisschen schlechter als 2,4. Oder so. Ey, wie kann er das leben. Oh, der hat nur noch 28 HP. Hey. Das ist ein Hacker. Ich weiß vielleicht, dass das ein Hacker ist. Ich auch. Bliad. Einfach mal reinbashen, ihr bashen, ihr kleinen Basher. Klein Splasher. Ich finde dieses Wort Bliad einfach so geil. Bliad. Nein, jetzt hat er mich gemacht. Haha. Aha. Wir haben auch einen Kill gemacht. Und ich habe was freigeschaltet. Echt was? IK 971. Was? Wie hast du jetzt? Geil. Die wollen sofort ausrüsten. Ich glaube, wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen. Wir haben eindeutig. Scheiße. Nein. Warum haben wir verloren? Ja, okay. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Battlefield wahrscheinlich gleich hier dran. In der nächsten Aufnahme ist. Tschüss. 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 Vielen Dank.